Hallo zusammen und willkommen aus St. Gallen bei der Bushaltestelle Hinterbergstrasse. Heute nehme ich euch mit auf kurze Wanderungen respektive Spaziergang zum Gipsensee. Ich wünsche euch viel Spass mit dem Video. Jetzt haben wir einen Blick auf das Siter-Viedukt der Südostbahn. Das ist mit 99 Metern über Grund die höchste Eisenbahnbrücke der Schweiz. Zumindest früher war der Primarschrätzung noch die höchste von Europa. Das gehört sicher noch zu den höheren von Europa. Wenn man den Vorhabenexpress von St. Gallen nach Luzern überfährt. Der Schuss hat meinen Gipsente und das größte Ernst morgenskartikel aufbauen. Ers Gerungen Spannende Vielen Dank. Hier gibt es eine Badestelle, an der man im Sommer baden kann und im Winter für die Haare socken. Hier ist es gratis, Eintritt hat auch noch Grillstelle und so, ist noch gemütlich und hat meist auch nicht mega viele Leute. Vielen Dank. 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 Falls das Video gefallen hat, würde ich mich auf den Daumen nach oben freuen. Falls du mir zukünftig auf meine Wanderung und Wandertipps begleiten möchtest, freue mich über ein Abo. Und ich freue mich immer sehr über die Kommentare. Bis zum nächsten Video.